Lügenpresse, 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 Lügenpresse. Bis zum nächsten Mal. 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 Verdammt. Verdammt. Bis zum nächsten Mal. 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 So, wir haben es endlich geschafft. Die lange Fahrt ist nun vorbei. Jetzt sind wir hier vor einem Lokal, wo es Essen aus Sri Lanka gibt und indisches Essen. Vor der indischen Küche hat Marc natürlich ein bisschen Bammel, weil der Marc es nicht so scharf. Habe ich recht? Moment, ich muss mal dicht da rankommen. Doch, an sich schon. Da habe ich nichts dagegen. Ich rede vom Essen, nicht von dem anderen Geschlecht. Nein, nein, also das Essen auch. Es kann ruhig mal ein bisschen scharf sein. Alles klar. Also, wir haben jetzt echt Hunger. Es wird wirklich Zeit und wie ihr seht, Buddha ist auch schon da. Also, wollen wir unser scharfes Essen mal. Ist das Buddha? Nein. Wie heißt der denn? Die. Entschuldigung, Buddha. Jetzt mache ich mich gerade lächerlich. Das war der mit dem dicken Bauch. Der sitzt da drinnen. Gut, egal. Leute, wir gehen jetzt rein. Wir haben echt Hunger. Wir melden uns gleich nach dem Essen nochmal. Bis denn. Meine lieben Freunde, jetzt konnten wir gerade richtig schön was essen. Es gab nur einen kleinen Haken. Und zwar zu dem Essen gab es ein Freigetränk. Und bei dem indischen Essen, da muss man wirklich sagen, da braucht man schon mittlerweile 10 Freigetränke. Marc musste sich auch noch was nachbestellen. Also, die Würzung. Dalladivaldfeel, meine lieben Freunde, sage ich euch. Aber ich kann es empfehlen. Es war wirklich sehr lecker. Aber, wie gesagt, ich fühle mich gerade wie Grisou. Wer ist hinter mir? Das sind die Büroleiter des Bundestagsabgeordneten Jens Schmitz. Ja, also ich... Ja, ja, ja. Genau. Aber ich habe Angst um deine Gesundheit. Nicht, dass du dich verkühlst. Wollte ich dir mal mal ein Foncho überlegen. Ich hatte meine Jacke ausgezogen, weil beim nächsten Mal möchten wir gerne anmerken, mehr als eingetränkt ist bei einem indischen Essen sehr notwendig. Ja, also das dürfte gleich auf die Beschwerdeliste des BPA-Programms kommen. Sehe ich genauso wie du. Also, das ist wirklich sehr, sehr dürftig. Bei diesem Curry-Gehalt des Essens. Also, das ist schon Wahnsinn, ja. Aber ich habe gerade den Leuten auch erzählt, es war aber lecker. Aber wir haben Farbe gekriegt, ne? Wir haben Farbe, aber es war lecker. Also, kann man essen. Das muss man sagen. Ist zwar nicht deutsche Schnitzel, aber kann man nehmen. Wir sind zufrieden. Ja, gut. Gut, ich würde dann mal sagen, ich gehe dann mal los mit meiner neuen Jacke. Dankeschön. Bitte. Ja, wir wollen jetzt weiter, denn jetzt werden wir auch den Gastgeber gleich mal kennenlernen. Was heißt kennenlernen? Den kennen wir schon, aber dann werden wir den gleich mal treffen. Und dann werden wir den mal fragen, was über Berlin fliegt und mit Jot anfängt. Mal sehen, ob er das weiß. Jetzt sind wir wieder mit dem Bus gefahren und jetzt sind wir wieder angehalten. Jetzt sind wir wieder am Laufen. Marc beschwert sich, dass er wieder laufen muss. Tut er doch gar nichts. Doch, das tut er. Ach, nee. Entschuldigung, das war ich. Ich wollte nicht, dass er eine Raufen darf. Ja, genau. Marc ist froh, dass er Raufen darf, aber Raufen ist ungesund. Also, wir gehen jetzt ins Marie-Lüders-Haus. Dort werden wir endlich mal unseren Gastgeber kennenlernen. Und durchsucht. Und Florian, da steht er ja so drauf. Genau, wir werden gleich durchsucht. Und wir hoffen mal, dass wir uns die Kamera nicht wegnehmen werden, damit wir das noch filmen können. Und wir sind doch in Deutschland, ne? Ich dachte, da darf doch sein, was ich will. Dann bin ich gleich eine Frau und will mich von einer Frau durchsuchen. Ja, Florentine. Genau. Gut. Wir gucken mal, dass wir die Kamera jetzt da reinschmuggeln. Und dann sehen wir gleich weiter. Was? Du bist doch Fulnig-Fan. Nein, ja, kommt drauf an, von wem. So, wir sehen uns gleich drinnen. Wir hoffen, die Kamera kriegen wir rein. Und dann, Marc, möchtest du noch was sagen? Nee. Nein? Nee. Okay, dann bis gleich. Okay, dann bis gleich. Ich glaube, die haben gerade gesagt, da darf keine Kamera rein. Da bin ich ja mal gespannt. Da haben wir ihn erwischt. Komm, wir laufen. Der kommt dann auch an. Links in der Ecke. Alles angekommen. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Gastgeber. Ich gebe dem Kabelschlepper. Ja, ja, der Kabelträger. Meine liebe Freunde, wir haben ihn endlich gefunden, nachdem wir den ganzen Tag unterwegs waren. Jens Kessner live in Person. Ich musste dienen und musste im Anschluss dann auch wieder weg, weil mein Schreibtisch ist recht voll. Aber jetzt machen wir gleich erstmal Programm. Hervorragend. Ich habe auch noch jemanden für euch mitgebracht, den Herrn Martin Hess. Den werdet ihr da vorne noch sehen. Und wenn er ein bisschen netz hat, gibt er euch vielleicht noch, ach, den kennt ihr schon. Den hatte ich doch schon. Tut mir leid, dass ich euch jetzt... Die Merkel, da haben wir letztens was gemacht. Grüß Sie, hallo. Hallo, Siebert Bundespräsident. Wir sind... Der Jens muss erstmal die Leute ein bisschen begrüßen. Wir werden erstmal gucken. Ich glaube, wir gehen da rein, Marc. Ja, guck mal da. Oh, ja. Hier. Gehen wir rein. Dann geben wir noch eine Zeit. Ja, genau. So, dann beginne ich mal. Ihr seid ja heute Morgen schon auf dem Weg hierher. Und habt ihr schon lecker gegessen, wie ich gehört habe. Von einer oder anderen. Und ja, herzlich willkommen hier im Mel Lüners Haus. Die Leute, die schon häufiger mitfahren, die wissen ja schon. In diesem Raum wurde Geschichte geschrieben. Hier hat sich die AfD-Bundestagsfraktion gegründet. Hier haben wir unsere Wahlen vorgenommen. Hier ist quasi die Fraktion entstanden, so wie ihr sie heute kennt, wie sie im Bundestag arbeitet. Und zu meiner Linken, weil es ist immer ein bisschen langweilig, immer noch etwas über Verteidigung zu hören, weil es sind ja wieder viele bekannte Gesichter hier. Da habe ich überlegt, ich lade mal jemanden ein, der euch etwas über innere Sicherheit erzählen kann, wie es quasi im Inneren von Deutschland aussieht. Ich weiß ja, wie es außen aussieht, aber hier zu meiner Linken ist mein Kollege Martin Hess. Und ja, bevor ich jetzt seine Vita durcheinander bringe, überlasse ich Ihnen die Vorstellung einmal selbst. Und ja, bitte Martin. Ja, ein herzliches Grüß Gott. Selbstverständlich auch von meiner Seite aus. Schön, dass Sie alle heute hier sind. Der Jens hat mich gefragt, ob ich ein paar Worte an seiner Besuchergruppe berichten kann. Und meine natürlich gerne. Zu meiner Person. Ich bin 48 Jahre alt, habe einen 8-jährigen Sohn, der lautstätig im Grunde ist, warum ich in der Politik bin. Ich war vor meinem Bundestagsmandat 27 Jahre lang bei der Polizei dort in verschiedensten Verwendungen tätig. Zuletzt als Dozent an der Hochschule der Polizei in Baden-Württemberg, habe mich zu gut für Fortbildung und dort als Polizeihauptkommissarin tätig gewesen. Insofern war es natürlich aufgrund dieses Backgrounds logisch, dass ich hier im Deutschen Bundestag dann auch in den Innenausschuss gehe. Und dort mache ich jetzt schwerpunktmäßig eben gerade die Bereiche Polizei und innere Sicherheit. Ja, umbringt es nichts, weil die Polizei die Kriminalstatistik nämlich überhaupt gar nicht zum Beispiel die islamistische Terrorgefahr auffasst. Und die islamistische Terrorgefahr ist die nach wie vor so hoch wie nie zuvor in unserem Land. Die Tatsache, dass bei den Gefährdungen, also die Personen, bei den Tatsachen, die anderen gerechtfertigen, dass sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit terroristische Straftaten im Inland begehen, dass die Zahl leicht zurückgegangen ist, liegt nicht in einer besseren Politik unserer Regierung, sondern schlicht und ergreifend daran, dass ein Teil dieser Personen ausgereist ist in die Kriegsgebiete und dort eben vom Feind sozusagen liquidiert worden ist. Das heißt, das hat zu einer Reduktion dieser Zahlen geführt. Wir werden sehen, die werden jetzt alle zurückkommen. Da ist es ja jetzt geschlagen. Und schon bei den Zurückkommen sehen Sie, wie unsere Regierung scheitert. Die können ja nicht mal vernünftig dafür sorgen, dass solche Kriegsverbrecher von unserem Land vorgehalten werden. Sondern es gibt ja sogar auch welche, die sagen, es sind deutsche Staatsbürger, wir müssen auf jeden Fall zurückholen. Wir müssen auf jeden Fall helfen. Dann sehe ich doch wieder. Das war doch die Idee von mir, nicht zu fragen mit der Zeit. Ja. Vielen Dank, das Biermann. Ja, jetzt muss ich mal fragen. Wir haben das Zeitfenster bis... Naja, so 20 Minuten darfst du jetzt. Ja. Ja. Verteidigung ist ja dementsprechend mein Thema. Ich will einfach kurz darauf eingehen, was bei uns jetzt die Schwerpunkte sind. Wir haben die Berater, Frau von der Leyen, wir haben dementsprechend den Untersuchungsausschuss und der Untersuchungsausschuss, also der ganze Verteidigungsausschuss ist als Untersuchungsausschuss eigentlich versucht, diesen Untersuchungsausschuss mit ihren Fragen und mit dem Prozene dementsprechend zu lenken. Aber wir hatten mit dem Recht, was wir gesagt haben, also worauf es ist, da ist auch Feuer, da ist ganz klar, da brennt es. Und die Frage ist dementsprechend, wie kann Frau von der Leyen sich halten und wann werden die richtigen, aus unserer Sicht, die richtigen Zurücken vorgeladen zu einer gewissen Thematik, wo man dann auch ganz klar aufzeigen kann, wo die Probleme sind. Also Frau von der Leyen ist schon am Kantag und das ist quasi das, was Schauenburg-Niembruch vorhin getrackt hat. Also ein bisschen Erfolg haben wir schon, auch wenn die anderen Parteien sich das auf die Fahne schreiben und unserem Antrag auf den Untersuchungsausschuss nicht zugestimmt haben. Aber damit können wir leben. Es geht ja um die Sache, dass wir hier die Verhältnisse aufklären, die dementsprechend vor Ort sind. Ich weiß gar nicht, wer das war. Nein, wir sind nicht verteidigungsfähig. Also wir können unser Land nicht mehr so verteidigen, wie wir das mal konnten. Wir können sicherlich eine gewisse Zeit nichts Widerstand leisten, aber wir sind nicht verteidigungsfähig mit dieser Bundeswehr, so wie sie ist. Ich bringe mal das Beispiel. Wir haben die sogenannte VJTF-Milade, die bis 2023 gestellt werden muss. Das sind 5000 Personen und gepanzerte Fahrzeuge. Und man hat wirklich alles in den Streitkräften aufgewendet, um diese VJTF-Milade vorzubekommen. Das heißt personell und auch materiell. Das heißt, man hat andere Einheiten kannibalisiert, so nennt man das im Fachbereich. Also man hat aus anderen Einheiten permanent etwas weggenommen, um diese Einheiten aufstellen zu können. Und daran können Sie sehen, dass wir an unserer Leistung auch immer noch unsere Soldaten nach Afghanistan und nach Mali zu schicken, wo sie einen wunderschönen Mandatstext haben, wenn sie sich die mal vornehmen, was sie da alles leisten wollen. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und ich weiß alles nicht, was drin steht. Aber zu 95 Prozent sichern wir uns selbst. Da wird das Lager geschützt. Da ist eine Fork-Protection da, die halt eingreifen kann, wenn im Lager oder im Nahbereich irgendwas passiert. Da ist schon Logistik, Sanität. Und wie in Afghanistan, wenn sie 70 Ausbilder haben letztendlich, die dann die Sicherheitskräfte vor Ort ausbilden. Da brauchen wir über 1.000 Soldaten, die das Lager einfach sichern, in Stand halten, Logistik etc. Sanität, was da ist und in Mali ist. Kann das das nicht auch garantieren? Also für den Bereich, wenn wir da in Verantwortung kommen oder ich auch persönlich da irgendwas zu sagen habe, da wird ein politischer Wille definiert und dann wird da auch umgesetzt. Ende aus. Da gibt es kein Wenn oder Aber oder vielleicht, könnte oder hätte, sondern dann wird das ganz klar umgesetzt. Und das bedingt aber, solange wir noch parlamentarisch arbeiten und das hat nicht, dass es so gelingt, dass wir Mehrheiten brauchen und damit möchte ich letztendlich auch ändern. Dankeschön. Ja, der Ablauf ist ganz einfach. Wir gehen jetzt wieder raus und gehen da hin, wo wir hergekommen sind zum Bus und fahren dann ins Hotel zum Check-in und um 19.30 Uhr gibt es dann Abendbrotessen. Ich hoffe ja Schnitzel. Ja Mark, hast du gehört, vielleicht gibt es ja Schnitzel im Hotel. Was hältst du davon? Schnitzel. Lecker. Ich will das veröffentlichen. Könntest du bitte schon normal bleiben? Achso. Oh, scheiße. Dankeschön. Aber egal, wir schneiden nicht. Das ist RicoTV. Ja, nee, ich finde das sehr toll. Also ich bin definitiv dafür. Du musst das schneiden. Nein, ich habe nämlich, nein, ich habe noch eine Frage an den MdB. Die müssen wir noch stellen. Ja, aber du musst das schneiden jetzt. Das machen wir gleich. Nein, das schneiden wir nicht. Das schneiden? Ich habe gerade gespuckt beim Reden. Okay, dann mache ich über diesen Spucker so ein kleines Herzchen und dann fliegt das Herzchen weg. Lass mich langsam mal aufstehen. Ich habe es doch im Buckel. Oh ja, ich habe ihn auch. Oh ja, ich habe ihn auch. Oh. Oh. Cool. Oh. 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 Meine lieben Freunde, wir haben es jetzt endlich geschafft. Der erste Tag heute, der 2. April, der ist erledigt. Wir sind jetzt heute beim, oder jetzt gerade beim Hotel angekommen. Marc und ich, wir werden jetzt erstmal inspizieren, ob wir auch ein wunderbares Hotelzimmer bekommen, was auch ein gutes Bett hat, wo man auch vernünftig drinnen schlafen kann. Wir werden heute auch nicht weiter drehen, denn heute sind hier nur noch langweilige Sachen. Ich meine, Marc hat das ja vorhin noch mitbekommen. Wir wollen ja nur noch an der Bar Fußball gucken. Mit den MBBs natürlich nur Fußball gucken und mehr läuft da natürlich nicht. Wir sehen uns morgen früh, nach dem Frühstück, denn morgen haben wir wieder ein volles Programm. Und ja. Und Spaß. Und Spaß. Also, vielen Dank. Nein, nicht vielen Dank. Bis später. Für mich wird es bis morgen. Für euch in 3 Sekunden geht es weiter. Ciao. Ciao. Das war's. Das war's.